Für Recht und Freiheit bin ich gegangen, im tiefen Wald nahm man mich gefangen. Man führt mich in die Stadt hinein, wo ich sollt gehangen sein. Man führt mich in die Stadt hinein, wo ich sollt gehangen sein. Und auf das Rathaus tät man mich führen, wohl zwei, dreimal zum Examinieren. Man schreibt mir jedes Wörtlein auf und führt mich zum Turm hinauf. Man schreibt mir jedes Wörtlein auf und führt mich zum Turm hinauf. Im tiefen Turm hab ich gesessen und schlechte Speisen, die musste ich essen. Bis endlich kam heran die Stund, zu der ich nichts mehr essen kund. Bis endlich kam heran die Stund, zu der ich nichts mehr essen kund. Oh, was wird meine Mutter wohl sagen, wenn sie wird hören von all den Klagen, dass ich in meinen jungen Jahren so viel Arges hab getan. Dass ich in meinen jungen Jahren so viel Arges hab getan. Johannes Bückler, dies ist mein Name und 22 sind meine Jahre. Zwei Tag, zwei Nacht vor meinem End empfing ich noch das Sakrament. und das Gerüst soll ich nun betreten, fünf Vaterunser, die soll ich noch beten. Fünf Vaterunser insgemein, das wird wohl auch mein Letztes sein. Ade lieb Vater, Ade lieb Mutter, Ade lieb Schwester, Ade lieb Bruder. Wascht eure Hände in meinem Blut, damit ihr wisst, wie weh das tut. Wascht eure Hände in meinem Blut, damit ihr wisst, wie weh das tut. Zwei Tag, beideib TryingND Joachimники Kamal v Cha